no world ich bin's tolle und heute sage ich zum abschied leise servus aber keine angst ich bleibe ich erhalte es geht nur um einen whisky der zwar ziemlich beliebt ist aber jetzt leider von der brennerei eingestellt wird und aus dem grund die verbliebene flasche eine riesig große preissteigerung hinlege zum teil also das ist schon nicht mehr schön aber ich möchte ihn trotzdem man würdigen es geht um den lavrak triple wood zu anfangs meiner whisky reise als wir so die ersten geschmeckt haben war lavrak immer so wie soll ich sagen die größte challenge weil das war krass das war rauchig das war medizinisch das war trinkbarer seetang und während der frack getrunken hat und es überklebt hat der war hier ja whisky gestellt naja ich meine lavrak ist nicht das krasseste was es bei whisky es gibt aber es stimmt schon ein anfänger tut sich mit einem lavrak häufig schwer aber wenn man sich mal an rauche gewisses gewöhnt hat und die einem anfangen zu schmecken dann schmeckt einem auch in der frack und die meisten lavraks gerade so in der einstiegs range so der quarter kask oder zehnjährige die sind gereift im experten fass da ist ansonsten nicht viel da ist noch ein bisschen quarter kask dabei klar beim quarter kask aber ansonsten so cherry oder so ist da halt überhaupt nett und der einzige im sag ich mal einstiegssektor was auch den preis angeht war immer der triple wood der heißt triple wood weil da halt experten gereift da drin ist water kask gereift da und ex cherry fast gereift da whisky das wurde da miteinander vermählt also sammelt und dann kam der triple wood raus und der war immer so in der preisklasse wo man gesagt hat da kann man sich auch recht gute marflaschleisten und anscheinend ich weiß es nicht aber ich nehme es jetzt halt mal an sind die cherry fässer für so einen relativ günstigen whisky zu teuer geworden und dann hat man gesagt nee also den triple wood lassen wir auslaufen als ersatz gibt es den zehnjährige mit einer nachreifung im sherry fass und es gibt noch einen wo sherry gereifter whisky dabei ist es ist der la frage lohr auch einer ohne altersangabe aber alles nicht in der preisklasse wobei wie gesagt wo bekannt jetzt ist dass der triple wood ausläuft schließen die preise enorm in die höhe der war halt früher in einem sehr vernünftige preismaß und jetzt naja kriegt man zum teil auch schon über 100 euro oder auch noch mehr ist klar es wird immer produziert die restbestände wenn noch verkauft und da ist dann halt auch schon ein interesse da sich noch eine flasche oder auch mehr zu sichern unterschließen die preise in die höhe aber wie riecht er denn jetzt eigentlich und wie schmeckt er denn jetzt eigentlich das wollen wir uns jetzt mal anschauen la frage triple wood keine altersangabe 48 prozent alkohol und eine vermählung von whisky aus experten fass oder casks und x sherry fässern das ist ein relativ dunkles rot mit einem gold stich drin vielleicht so ein bisschen mahagoni mäßig ja nicht schlecht ja da kommt gleich die typische la frage rauchnote entgegen wenn auch nicht ganz so medizinisch wie man das gewohnt ist so ein bisschen milder und nur fruchtigkeit aber jetzt was habe ich jetzt das ist das ist verrückt also habt es schon lange mehr gehabt aber früher in meiner jugend habe ich so hackfleisch belge in in tomatensoße geliebt das fand ich damals richtig toll wie gesagt habe ich schon lange mehr gehabt aber daran erinnert mich das in der tat so ein bisschen das süßliche von der tomatensoße und so ein bisschen das umami von der hackfleisch belge das ist witzig das ist echt witzig der alkohol ja dann spüre ich auch es ist so ein bisschen prickelnd in den nagen so ein bisschen zimt das habe ich ja das ist also ganz spannend wenn der erste schwall rauch erst mal verflogen ist und diese diesen hauch fruchtigkeit der noch schnell weg ist dann bleibt ja hackfleisch belchen in tomatensoße übrig mit zimt jetzt wo ich ein bisschen länger dran geruch habe kommen auch so ein bisschen dunkle erdigere bären zum vorschein bisschen schwarze johannisbeeren oder so ein hauch brummenbeere der ist spannend in den nas sehr sehr spannend also jetzt ist mir auch klar warum der so beliebt war der ist wirklich interessanter spannender whisky und ich habe noch nicht einmal probiert jetzt hoffe ich ja dass mir der geschmack nicht so viel von meinem positiven eindruck versaut schauen wir mal ja also typisch lafrag der rauch ist sehr präsent auch dieses typische maritime aber immer mit so einem hauch dunkler frucht süßlicher dunkler frucht dazwischen ich muss nur mal probieren hier also im mund so ein richtiges tau ziehen zwischen dem toff rauch und dem sherry so diesem süßlich fruchtigen sherry das ist lecker das ist spannend also ich habe wirklich so diesen torfigen rauch mit dieser würze auf der anderen seite ja dieses süßlich fruchtige sowieso ja waldfruchtmarmelade kann man sagen und das das kämpft miteinander auf der einen seite will das nicht passen aber es harmonisiert dann doch recht gut also der ist mild der ist weich der ist lecker da und der ist würzig also man hat den vollen gewürzschrank man hat den typischen lafrag rauch und man hat süße fruchtige süße wie gesagt bald fruchtmarmelade vielleicht ein bisschen dattel der ist wirklich ziemlich komplex und schwer zu fassen ja also es sind so viele eindrücke die da auf einmal auf ein einstürmen das ist wahnsinn also rauch grillkohle süße frucht würze und alles auf einmal und es ist auch nicht so wie bei vielen rauchigen whiskies dass einfach der rauch noch lang im mund hängen bleibt und man halt so diesen rauchgeschmack hat entweder lagerfeuer oder schinken oder asche oder so sondern hier ist es wirklich diese mischung zwischen rauchigkeit erlichkeit würze süße fruchtigkeit und es bleibt alles und jetzt erst verblasst das süß-fruchtige etwas und es würzig rauchige bleibt also der ist echt wahnsinn hier ich bin begeistert also ich kannte ja bisher zugegebenermaßen von love rug nur den quarter cask den können wir uns demnächst auch angucken aber aber der hier der ist schon wirklich ein liga für sich und wenn ich mir überlege dass der früher zu einem richtig richtig guten preis verkauft worden ist dann könnte ich wirklich heulen dass der jetzt eingestellt wird weil der ist der ist dermaßen lecker der boah ich bin ich bin platt echt der hat keine altersangabe der hat 48% und man merkt schon auch den alkohol klar aber jetzt nicht übermäßig der ist gut eingebunden und man hat so diese 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 komplexität weil im mund so viel abgeht auf einmal so dieser kampf zwischen rauch würze und süße und ehrlichkeit und alle zerren an den geschmacksknospen und keiner hat die oberhand sondern das ist dann diese diese vielen total gegensätzlichen geschmäcker sind am schluss eine einheit und die bleiben recht lang im mund und klar am schluss bleibt dann schon noch der rauch und so dieses holzkohlig aschige über aber ich habe auch die fruchtigkeit und die süße sehr sehr lang im mund also wow lavrak wirklich schade 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 dass ihr den triple wood einstellt er ist richtig richtig gut ja tut mir echt leid also falls ihr nochmal einen zu einem guten preis kriegt kann ich euch empfehlen ich weiß ich komme ein bisschen spät ich habe hier auch die flasche auch nur zu einem eher mittleren preis gekriegt ich glaube so 65 euro das kriegt man wenn man ihn noch irgendwo hinten im regal verstaubt noch irgendwo geschäft findet dann hat man vielleicht noch so einen preis aber der wird glaube ich bei den meisten online shops nicht unter 100 euro angeboten und das ist echt schade weil das ist ja dann trotz aller begeisterung vielleicht dann doch nicht wert ja aber prinzipiell ein sehr sehr guter whisky gerade auch dafür dass er keine altersangabe hat ist da schon ziemlich komplex und er ist jetzt auch nicht so dieser typisch medizinisch rauchige lavrak ja der ist milder der ist weicher der ist süßer der ist fruchtiger der ist einfach lecker ja echt lecker was so ein sheriff was alles ausmacht ja dann bleibt mal nichts anderes zu sagen als euch noch einen schönen abend zu wünschen kennt ihr den triple wood schmeckt er euch schreibt mal in die kommentare ansonsten falls euch das video gefallen hat dann würde ich mich über ein like freuen und abonniert meinen kanal da freue ich mich noch mehr einen schönen abend wünsche ich euch euer olli tschüss